Gut, geht, oder? Ja. So, hallo zusammen, herzlich willkommen zu meiner Stunde mit euch. Ich versuche das Ganze relativ interaktiv zu gestalten heute. Ihr werdet die Reise unserer Firma Swisscom Health mit mir zusammen miterleben dürfen. Das funktioniert nicht so frontal. Ich erzähle, ihr hört zu, sondern stellt bitte Fragen. Es ist wie ein ganzer Blumenstrauß an Themen. Es ist die Reise der letzten eineinhalb Jahre. Ich hätte mir jetzt ein Thema rausgreifen können, Einführung von Dev zu DevOps, voller Vortrag. Da habe ich mich dagegen entschieden, sondern ich möchte euch das ganze Bouquet zeigen und kann deswegen logischerweise nicht auf jedes Einzelthema bis ins totale Detail. Vielleicht verliere ich mich irgendwo, dann Handstrecken und eine gute Frage stellen. Ich fange mit der guten Frage an. Wer kennt Swisscom Health? Na, echt jetzt? Jetzt geht die ganze Intro nicht mehr auf. Okay, so viele. Es sind jetzt fünf, sechs Leute gewesen. Spannend. Normalerweise geht keine Hand hoch. Swisscom Health ist ein bisschen speziell. Also für alle die, die jetzt einen Vortrag erwartet haben von Swisscom, 19.000 Mitarbeiter, falsch. Bitte zu Jason Little rübergehen. Es geht um Swisscom Health, um eine der Tochterfirmen von Swisscom. Ich werde kurz erklären, warum es uns gibt, was wir tun. Denn ich finde es wichtig zu verstehen, wenn ich dann über unsere Transition und Transformation spreche. Hat da ganz viele Herausforderungen, die wir erleben. Und das bedeutet auch im gleichen Atemzug überhaupt keinen Anspruch an Vollständigkeit, Wahrheit oder auch an Repräsentationsfähigkeit. Das ist unsere Reise gewesen. Ihr werdet an vielen Stellen Kopf schütteln, hoffentlich. Ihr werdet hoffentlich auch mal nicken und sagen, ja, coole Idee gewesen. Und so hangeln wir uns vorwärts. Gut. Fragen bis hierhin? Noch alle dabei? Okay. Mein Name ist Stefan Rickhauer. Ich, wie man wahrscheinlich hört, komme ursprünglich aus dem großen Kanton. Bin schon seit 20 Jahren in der Schweiz und komme ursprünglich eher aus der Unix-Engineering-Ecke. Habe dann die Umwege gefunden über das IT-Security. Habe viel im Cyber-Security, Ethical-Hacking, Penetration-Testing gemacht. Habe dann irgendwann im Betriebssystem Mensch entdeckt. Habe dann gefunden, hey, Menschen sind eigentlich viel cooler als Computer. Und bin dann so langsam in die Führung gekommen und bin heute Mitglied der Geschäftsleitung bei Swisscom Health und leite den Bereich Entwicklung und Betrieb. Genau. Das noch kurz als Background. Wer von euch ist jetzt hier eher tacky? Mal kurz. Ungefähr ein Drittel. Führung, Leadership, Management. Auch ein Drittel. Super. Der Rest, Mädchen für alles, Finanzen, Marketing, Controlling. Okay. Gut, also dann behalte ich es allgemein. Wenn ihr spezifische Fragen habt zu technischen Sachen oder so, ich bin den ganzen Tag auch noch da. Wir können dann gerne im Nachgang heute Abend beim Upper oder so noch das eine oder andere vertiefen. Was tun wir? Wir glauben, dass wir das Gesundheitswesen der Schweiz verbessern können durch Digitalisierung. Und hier auch gleich der Hinweis, natürlich ist das Thema Sicherheit bei uns ganz groß geschrieben. Die Digitalisierung in der Schweiz im Bereich Gesundheitswesen ist mau. Wir haben heute noch ca. 300 Millionen Papierdokumente, die jedes Jahr ausgedruckt erstellt werden. Das werden ungefähr 500.000 Bundesordner, 40 Kilometer an einer Reihe. Also ein riesiges Potenzial dort zu verbessern. Das Schweizer Gesundheitswesen ist gut. Nicht das Beste, aber gut. War aber vor allen Dingen sehr, sehr teuer. Wenn man die Zeitung aufschlägt und guckt, die Prämien gehen jetzt darauf. Letztes Jahr war das erste Jahr, an dem die 10.000 Franken Marke pro Kopf geknackt worden ist, pro Einwohner. Das heißt, jeder Schweizer und jede Schweizerin gibt jedes Jahr mehr als 10.000 Franken aus, im Average, für die eigene Gesundheit. Das sind ungefähr 15 Prozent des Jahresbudgets in einer Familie. Das ist relativ viel. Und wir glauben, Teil von der Kostenexplosion ist auch stark auf die ineffizienten Prozesse zurückzuführen und auf diese enorme Unterdigitalisierung. Jetzt kann man sagen, okay, hat man im E-Banking vor 20 Jahren auch gesagt, ist es heute alles billiger und besser. Muss man schauen. Aber wir glauben daran, dass die Versorgungsqualität steigen wird und dass wir zum Schluss ein besseres Gesundheitswesen erleben werden. Das ist wichtig zu verstehen, wenn es gleich um Agile geht und um unsere Reise. Punkt drei unserer Aufgabe. Wie schaffen wir denn ein besseres Gesundheitswesen mit Hilfe, auch mit Hilfe des sogenannten EPD? Hat schon mal irgendjemand was von EPD gehört? Ah, ihr lest alle Zeitungen. Das ist super. Gut, da muss ich nicht viel erklären. Das elektronische Patientendossier kommt nächstes Jahr am 15. April. Da wird sich niemand drum herumdrücken können. Ihr als Bürgerinnen und Bürger habt die Wahl, es zu benutzen. Ihr müsst es nicht tun. Und sogenannte stationäre Leistungsverbringer, schon der erste Fachbegriff, also Spitäler, Heime, große Gesundheitspraxen. Sie müssen euch ein digitales Dossier anbieten. Und technisch gesehen baut Swisscom Health die Infrastruktur, damit das später auch getan werden muss. Und das ist noch wichtig zu verstehen, wir sind relativ IT-lastig, das heißt viel Server, große Infrastrukturen, viele Komponenten und haben ganz viele Herausforderungen aufgrund von unserem Business. Klar, eine Web-Agentur, habe ich heute schon beim Pitch gesagt, wie Lieb oder kleinere Firmen, die auch viel enger mit ein, zwei Kunden zusammenarbeiten können, haben teilweise viel günstigere Ausgangslagen für eine Transformation als jetzt eine Firma wie Swisscom Health. Wir sind ungefähr 150 Leute, eigenständige Tochter, haben eine eigene Geschäftsleitung, eigenen CEO und sind aber in die Konzernstrukturen von Swisscom eingebunden, sind aber so ein kleines Schnellboot sozusagen von Swisscom. Swisscom hört man häufig auch letzte Woche DevOps Days, man hört immer wieder Agile, Transformation und so weiter. Wir haben mit diesem großen Unterfangen in der Swisscom relativ wenig zu tun, wir sind zwar in Kontakt, wir kennen die Leute, wir machen es aber our way. Bitte? Wie alt ist es überhaupt, dass ihr schon eine Transformation habt? Super, so muss es jetzt laufen. Swisscom Health wurde vor fünf Jahren gegründet, also noch nicht so lange, man hat es aber zwei Jahre lang, jetzt Rückschluss auf den Vortrag, Keynote heute Morgen von Franz Rösli, wer war dabei? Alle? Super. Sehr traditionell aufgebaut, Management, Führung, Top-Down, Commander-Control, so wie man es halt macht, seit 100 Jahren. So wurde es aufgebaut, man hat Firmen auch zusammengekauft, das ist eine typische Swisscom Strategie, man hat Evita, Curabil und so weiter Produkte gekauft, hat ein Namensschild an die Tür gehängt, Swisscom Health, und gesagt, Jungs, go for it. Und das hat sich dann mit der Zeit stabilisiert, man ist aus dem Start-up-Groove ein bisschen rausgekommen, dann kam das ganze Thema EPD und da hat man nämlich genau gemerkt, jetzt kommen wir eigentlich von kompliziert in komplex. Jetzt ist es nicht mehr einfach irgendwas machen, was jeder schon mal gemacht hat. Wenn einer nur lange genug darüber nachdenkt, dann kann man es lösen, das ist immer so für mich die Definition von kompliziert. Sondern wir wissen nicht genau, in welche Richtung das geht, wir wissen gar nicht genau, wie EPD funktioniert. Das hat noch keiner gemacht vorher, zumindest nicht, wie wir es in der Schweiz tun. Es gibt natürlich schon andere, Österreich, in einigen nordischen Ländern und so weiter ist man da schon weiter. Aber wir haben nicht gewusst, wie es funktioniert. Und dann hat man auch gemerkt, dass unsere klassischen Strukturen, IT-Betrieb links, Entwicklung rechts, Produkt links oben, Marketing rechts unten, dass das so nicht wirklich funktioniert hat. Und dann ging es eigentlich los mit der Transformation. Merci. Gut, jetzt habe ich schon erwähnt, wir haben viele kleine Aufgaben, da dürfen wir uns das nicht verlieren. Heute geht es mir vor allen Dingen um EPD und um unser Produkt für das EPD. Wir haben auch noch Praxisinformationssysteme und so weiter. Da wollen wir uns heute nicht ablenken. Es geht vor allem heute hier um den Bereich elektronisches Patientendossier für die Bevölkerung, Spitäler und Heime, stationäre Leistungsverbringer und die Praxen, Labors, Apotheken, also die sogenannten ambulanten Leistungsverbringer, die lassen wir heute mal außen vor. Da haben wir Produkte, die funktionieren ein bisschen anders und nicht so der Redewert heute. Gut, was sind jetzt die Herausforderungen, die wir erlebt haben? Und ich sage nochmal, da sind vielleicht ein paar No-Brainer dabei. Und wichtig zu verstehen ist vielleicht auch, es gab kein heiliges Agil-Gremium, was sich jetzt hingesetzt hat und überlegt hat, ja, wie machen wir jetzt diese Transformation? So habe es ich nicht erlebt. Ich bin im März 2017 zur Firma gestoßen, habe dort klassisch noch die IT geleitet, also IT Operations, nicht Entwicklung, und habe selber viele Probleme erlitten, zum Beispiel die klassische Trennung von Dev und Ops. Und man hat dann auch mit dem Change-Prozess eine Reorganisation angestoßen, aber nicht zum Selbstzweck, jetzt wollen wir alles agilisieren, sondern eher klassisch Swisscom, wie ordnen wir die Geschäftsbereiche besser an. Man hat schon von Wertschöpfungsketten gesprochen, aber agil war vor allem im Bereich Entwicklung ein Thema, ein Klassiker. In der IT merkt man am schnellsten oder am ehesten, dass man jetzt eigentlich mit den Tools und mit den Methoden viel schneller vorwärts käme und dann ging es mit Scrum los. Also so ein bisschen Guerilla-mäßig hat man dann angefangen, in den Bereichen mit Scrum zu arbeiten, aber das ist natürlich aus unserer heutigen Sicht weit weg von einer gut durchdachten Transformation. Und ich zeige euch nachher eine Timeline und an dieser Timeline können wir uns noch entlanghangeln. Ich schieße das nur vor, weil die Herausforderungen sind jetzt ganz zahlreich. Zum Beispiel, wir haben hier mit EPD eine fixe Timeline. Jetzt könnt ihr schon sagen, ja, in agil ist aber entweder Scope-Variable oder die Timeline und so weiter. Ja, sorry Jungs, EPD kommt vom BAG, Bundesamt für Gesundheit, da gibt es einen Termin, 15. April 2020. Scope ist völlig klar. Da gibt es einen Katalog, technische und organisatorische Zertifizierungsanforderungen, TOTS, und das muss man abarbeiten und da muss man durch. So, jetzt kann man natürlich sagen, ja, da geht es auch mit Wasserfall. Wir haben uns dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, wie wir es denn umsetzen, ist immer noch komplex. Also rauszufinden, wie bauen wir es denn wirklich im Detail, sollten wir dann trotzdem nicht wasserfalltechnisch tun. Aber uns fehlen zwei wichtige Bedingungen für ein schönes, sauberes, agiles Setup, wo sich jeder Scrum Master freut und sagt, hey, super, da kann ich jetzt Gas geben. Wir hatten ungefähr 30 interne Entwickler und Betriebler und davon war ungefähr die Hälfte Body Leasing. Warum? Weil man ständig die Entwicklung vom EPD in der Liefergeschwindigkeit und so weiter unterschätzt hat. Man hat dann einfach gesagt, da brauchen wir noch jemanden, hier brauchen wir noch jemanden, und dann noch schnell einen Scrum Master holen und ihr kennt die Firmen alle, die das machen. Schwierige Ausgangslage. Know-how-Verlust durch häufige Wechsel, kulturellen Problemen durch die hohen Wechsel, keine Stabilität in den Teams, keine einheitliche Kultur und so weiter und so fort. Und jetzt wird es gerade deprimierend, ich weiß, wir lösen das nachher alles auf. Was ist jetzt nicht? Gut. Entwicklung und Betrieb, habe ich schon gesagt, getrennt, ich habe früher den Betrieb geleitet und wurde dann ein halbes Jahr später, kam ich in die Lage, dann beides übernehmen zu dürfen, aber eben nicht so im Sinne von, du, jetzt lass uns das mal nur überlegen, sondern da hieß es, jetzt machen wir DevOps, da ist dein Team, go for it. Legacy Infrastruktur. Jetzt hätte man natürlich das alles neu und schön bauen können. Das haben wir aber nicht gemacht, sondern wir haben vor fünf Jahren schon angefangen, sehr klassisch das zu bauen, mit klassischen Komponenten, klassischer IT. Wie ihr vielleicht wisst, ist die Swisscom Cloud auch noch nicht 30 Jahre alt, sondern wir waren einer der ersten großen Cloud-Kunden der Swisscom. Swisscom intern müssen wir natürlich oder wollen wir auch die Swisscom Cloud benutzen. Und das war damals einfach Infrastructure as a Service. VMware Cloud Director, Maschinen hoch und den Rest machen wir selbst. Wir haben uns also selber unsere eigene Infrastruktur gebaut in der Cloud, die compliant sein muss. Also wir haben Encryption-Adress selber bauen müssen, File-to-File-System-Encryption, wir haben Zwei-Faktor-Authentisierung, wir haben Firewalls, Proxys, schieß mich tot, alles selbst gebaut. Also klassisch, wo es sehr viel Engineering-Qualität braucht und jetzt klingeln bei euch die DevOps-Alarm-Glocken, das kann ein Entwickler alleine normalerweise nicht stemmen. Das hat mit DevOps relativ wenig zu tun. Und hinzu kommt, die Delivery war zu wenig performant. Wir haben also auch noch als Aufgabe gehabt, den Output massiv zu erhöhen, um unsere Timeline zu halten. War eine Frage? Nee? Okay. Nicht schuldigen, einfach nur laut. Dann kommt hinzu, wir hatten auch keine Produkt- und Portfoliosteuerung. Wie kommt das? Wir hatten leider einen sehr tragischen Todesfall von dem Bereichsleiter dieser Unit. Und jemanden im Gesundheitsbereich zu finden, der digital versteht, der Transformation versteht und so weiter, ist relativ schwer. Wir haben dort lange keine Besetzung gehabt, über ein Jahr. Wenn ich nur der Vollständigkeit habe, weil wir haben im Bereich EPD nicht unbedingt den Bedarf, das Produkt klar zu definieren. Das ist vom BAG sehr, sehr stark schon vordefiniert. Aber auch hier nochmal, Agile, Kunde im Zentrum, Produkt-Owner, der das Produkt designt und so weiter, eher schwierig, also eher korsettartig das ganze Vorgehen. Ja, dann der Klassiker, Franz Rösli. McKinsey und Taylor lassen grüßen. Das ist so. Also Konzerne haben nicht immer moderne Management- und Führungssysteme, vor allen Dingen nicht Großkonzerne und da sind wir auch nicht anders. Das heißt, ihr dürft nicht erwarten, dass eine Geschäftsleitung des Viscom Health einheitlich Hurra schreit, wenn es zum Thema Agilität, Transformation und so weiter geht. Da sind andere Business Requirements eher im Vordergrund. Wie stark das dann zum Problem wird, wird dann vielleicht noch ein Highlight vom Vortrag. Kleiner Spoiler. Stark reguliertes Umfeld, habe ich schon erwähnt. Und logischerweise haben wir sehr hohe Sicherheitsanforderungen. Was übrigens der Grund war, warum ich den Job mache. Ich komme aus der IT-Security und habe mir überlegt, wo kann ich eigentlich jetzt hier mal wirklich was bewirken und wo nicht, wenn bei Gesundheitsdaten im Übrigen sind im Darknet in diesen Foren Kreditkarteninformationen heute weniger Geld wert als Patienteninformationen. Also man sieht dort einen starken Trend, dass das Hacking auf Gesundheitsdaten wesentlich interessanter schon ist heute. Gut, das ist wie so der Outcome gewesen. Jetzt kann man sagen, jetzt mach das Ganze mal agil. Und ich glaube, Naivität schützt uns im Leben davor, dass wir Dinge trotzdem tun. Das ist wie so eine wichtige Eigenschaft. Dieser Anfang, der einen Zauber innehat und der dann irgendwann auch verfliegt, der beflügelt ein, dann da vorwärts zu stürmen. Und so ein Jahr später denkt man sich eigentlich, wie habe ich das nur so machen können? Kennt das irgendjemand gar nicht? Niemand verheiratet? Okay, gut. Entschuldigung, nein. Gut. Wie war jetzt unser Weg? Unser Weg. Achterbahnfahrt. Und das ist jetzt auch ein bisschen ein Experiment. Ich werde jetzt mal die Timeline aufzeigen und mit euch zusammen die einzelnen Schritte durchgehen. Und am Schluss guckt man, was ist das Resümee vom Ganzen und was könnt ihr vielleicht mitnehmen? Das wäre für mich das Ziel heute, dass ihr sagt, okay, die haben es so gemacht, war nicht so erfolgreich. Das ist bei denen gut gelaufen, machen wir vielleicht auch. Das wäre für mich so wie das Highlight, wenn ihr das mitnehmen könntet. So, erstmal die Timeline an sich. Kurze Einführung. Ich habe bewusst September 17 als Start gewählt. Das war wie so der Start unserer Reorganisation in der Swisscom Health. Und wir haben hier unseren 15. April. Das ist dann der Tag, in dem wir in Champagner baden natürlich und alles toll ist. Ich habe hier noch Milestones von unseren Lieferungen. Also 2021 heißt unser Release, was das letzte sein wird, was dann live geht. Wir liefern nächste Woche 19.2 aus. Nur, dass ihr so ein bisschen wisst, wie die Kadenz ist. Und jetzt haben wir hier noch zwei große Blöcke. Wer kann das zuordnen? Jakku und Kraid, die Namen? Irgendwelche? Keine Star Wars Fans hier? Kann ich jetzt noch? Nee, gut. Jakku und Kraid sind Planetennamen von Star Wars. Ist so ein bisschen ein Tick von mir. Bei uns haben alle Projekte so komische Namen. Wichtig ist zu verstehen, ich benutze die vielleicht manchmal und damit ihr den Kontext habt. Jakku war das erste Großprojekt sozusagen in der Skalierung, haben wir vorher gehört, die Delivery, den Output massiv erhöhen. Und Kraid war das Nachfolgeprojekt, um den Output nochmal drastisch zu erhöhen. Also wir reden davon, dass wir hier in der Phase von ungefähr Februar bis August die Entwicklungsmannschaft um ungefähr 20 Prozent vergrößert haben. Und wir reden in dieser Phase davon, dass wir diese Entwicklungsmannschaft in der Zeit nochmal verdoppelt haben. Signifikant. Und das hat einen großen Impact natürlich auf Transformation, Kultur und so weiter und so fort. Wir haben ab hier die ETB-EPD-Zertifizierung, das ist noch wichtig. Wir können nicht einfach irgendwas bauen und live gehen, sondern das wird von einem akkreditierten Zertifizierungsunternehmen angeschaut, sehr im Detail. Das geht jetzt schon los. Und die müssen wir, respektive unsere, und die sogenannte Stammgemeinschaft, will ich euch nicht verwirren, also unser Hauptkunde, der das dann anbietet, wird dann zertifiziert. Gut, jetzt geht es los. Alle noch dabei? Gut. Ich habe jetzt hier mal alle Punkte eingezeichnet. Kick-off-Transformation. Fangen wir da mal an. Es ging los am 1.9. Ich habe mir Gedanken gemacht und gesagt, okay, agil heißt selbstdefiniert, selbstbestimmt. Wir hatten schon ungefähr 30 Leute, die müssen sich jetzt eigentlich aufteilen zu Teams. Und nach Lehrbuch dachte ich mir, okay, dann machen wir das natürlich mit so einem Squad-Building-Event. Wir haben damals uns an Spotify-Modell angelehnt, als allererstes. Warum? Swisscom hat auch Kontakte mit Spotify. Es gibt im Swisscom-Konzern einige Streams, die versuchen, das Modell anzuwenden innerhalb der Swisscom. Swisscom TV ist zum Beispiel so ein Beispiel, was immer erwähnt wird, das Glorreiche. Und wir haben gesagt, okay, wir wollen eigentlich DevOps-Teams bauen, dass wir mal diese Grenze auflösen zwischen Dev und Ops. Wir wollen das aber nach Scrum machen. Also wir wollen einen PO haben und einen Scrum-Master. Aber wie machen wir es? Wer ist jetzt in welchem Team? Wie viele Teams braucht es? Und so weiter und so fort. Und da ging es natürlich schon los. Wer entscheidet das? Ist das Management? Oder sind das die Teams? Und ich habe gesagt, okay, lass uns die Teams entscheiden. Wir haben ein sogenannten Squad-Building-Event gemacht. Alle Leute in einem Raum, einen Tag lang mit drei Agile-Coaches. Und die Teams durften sich wie selber entscheiden, wie sie es neiden wollen. Und dann kamen zum Schluss zwei Teams raus. Je ungefähr 15 Leute. Schon irgendjemand, der gerade Schnappatmung bekommt? Okay. Das Management hat dann gesagt, ja, es reicht dir ein PO für zwei Teams. Und ich habe mich dann glücklicherweise durchsetzen können. Es gab dann doch zwei POs und zwei Scrum-Master, aber nur zwei Teams. Wieso nur zwei Teams? Gute Frage. Warum nur zwei Teams? Vorher war es nur eins. Also waren natürlich zwei schon mal besser. Ja, gut. Und wenn man sich nicht auskennt oder respektiv, wir hatten dann natürlich auch schon Beratungsfirmen, die uns in dem Prozess begleitet haben. Das wurde oft nicht auch wirklich im Detail hinterfragt. Da hat man gesagt, ja, da müsst ihr halt gucken. 15 Leute, das kriegt man hin und so weiter. Wir haben dann den Start von DevOps, also das Hinzunehmen der Ops-Leute, noch ein bisschen verschoben. Weil wir schon gemerkt haben, es ist gar nicht so einfach, mit 12, 13 Leuten vernünftig zu arbeiten in einem Team. Und ehrlich gesagt war das wahrscheinlich auch einer der größten Fehler. Und das hat sich psychologisch ganz interessant ausgewirkt. Punkt eins war, die Zeremonien waren endlos lang. Also man ist mit dem Daily gar nicht durchgekommen. Was dann auch dazu geführt hat, dass dann der, der angefangen hat, der hat was erzählt und dann war er schon wieder innerlich weg. Also der hat gar nicht mehr zugehört, bis alle mal durch waren. Man hat keine Referenz-Story gefunden, auf die man sich hätte einigen können, wie viele Story-Points ist denn die groß. Weil das Spektrum war so breit, die Expertise der Leute so tief, dass natürlich der Architekt gesagt hat, ja, für mich dauert das nur einen halben Tag. Und der andere hat gesagt, ja, einen halben Tag, das mache ich dir in zwei Stunden. Und es hat einfach nicht funktioniert, dort eine gemeinsame Referenzgröße zu finden. Wir hatten alle spannende psychologischen Nebeneffekte von dieser Entscheidung. Und wir haben zwei hochprofessionelle Scrum-Master an dem Thema verbrannt, die wirklich auch irgendwann gesagt haben, Stefan, wir müssen das ändern. Das funktioniert einfach nicht, period. Das ist eins von diesen Themen, wo ich auch nicht mehr mit mir heute diskutieren lasse. Kommt immer wieder mal einer und der sagt, die Teams sind zu klein, wir brauchen größere Teams. Das ist bei uns durch. Also machen wir heute so nicht mehr. Wir haben, dann ging Jaku los, wir haben gemerkt, ja, mit den Leuten werden wir hier 2020 nie fertig. Wir müssen das massiv beschleunigen. Die Budgetrunde, Franz, die war schon durch, klar. Too late for adjustments. Da habe ich einen Auftrag bekommen, du darfst skalieren, 20 Prozent, aber budgetneutral. Ich habe es natürlich auch im Ziel gehabt. So, haben wir hingekriegt. Wir haben dann natürlich an allen Ecken und Enden das Geld zusammengespart und haben gesagt, okay, 20 Prozent kriegen wir hin. Wir haben aber auch gemerkt, dass Body Leasing mit diesen ganzen vielen Individuallösungen, müssen wir aufhören. Wir brauchen eine klare Sourcing-Strategie. Wie schaffen wir zusammen mit einem oder zwei Partnern nach unserem DevOps-Modell? Und wir wollen nicht jedes Mal mit einem Lieferant diskutieren, wie wir arbeiten, sondern wir sagen, so arbeiten wir und du darfst mitmachen oder nicht. Aber nicht jedes Mal anfangen, ja, wir machen DevOps so, wir brauchen ein PO-Proxy. Wir machen das ohne PO-Proxy, wir machen das so. Das führt zu enormer Unruhe und zu enormen Overhead. Das heißt, wir haben einmal zusammen mit dem Einkauf definiert, was heißt für uns agil arbeiten. Immer noch Spotify, Teams, DevOps und sind dann auf die Suche gegangen, haben dann ganz viele Partner, ungefähr 10, 12 Partner potenziell evaluiert. Weil kostenneutral skalieren heißt logischerweise auch, das kriegst du in der Schweiz nicht hin. Abgesehen davon, wir haben hier IT-Entwickler unter uns, der Arbeitsmarkt ist heute ganz klar Arbeitnehmer und nicht Arbeitgeberfreundlich. Also find mal 12 oder 15 DevOps-Engineers innerhalb von 2, 3, 4 Monaten, oder? No way. Vor allem nicht mit der Maturität und das, was wir euch quasi bieten hätten können zu der Zeit, oder? Ihr seht dann wie Cloud Director und Fixed Time, Fixed Scope und Chaos. Das macht ja niemand freiwillig, außer die, die schon da sind. Das heißt, wir haben uns einen Partner gesucht, der ist auch bekannt, das ist heute ERNI, ERNI Consulting. Sie bieten in der Schweiz, haben wir Kollegen von Ihnen, einerseits, aber auch im Shoring Center in Bratislava. Und zwar wichtig, dass wir dort schnell sind, dass die Kultur nicht zu weit weg ist. Also so Themen wie Indien und so weiter kamen für uns nicht in Frage, weil wir wirklich dort Zugriff haben wollten auf eine ähnliche Kultur und auf ein ähnliches Verständnis der Zusammenarbeit. Und das fand im Rahmen vom Projekt Jakku statt. Das heißt, dort haben wir das aufgebrochen, das große Dogma von den zwei, es gibt nur zwei Teams und diesen Risik haben wir aufgebrochen. Wir haben einen sogenannten Squad Slicing Workshop gemacht. Wir haben gesagt, jetzt müssen wir die Teams komplett neu schneiden. Die Leute haben auch mehr gelernt, die wussten jetzt, aber eigentlich macht es viel mehr Sinn, wenn wir dort ein Backend-Team haben, dort haben wir ein Frontend-Team, da machen wir APIs, dort machen wir dieses. Das kam dann auch von den Leuten. Wir haben das dann neu geschnitten und waren unglaublich stolz darauf, dass wir ungefähr zehn Teams hatten. Es sind jetzt acht, aber ungefähr zehn Teams. Wir haben von Anfang an Vollzeit Scrum Master eingestellt, weil ich wusste nicht viel zu der Zeit. Ich bin ja heute noch kein Experte der Agilität, aber ich habe verstanden, ein Scrum Master, das ist der Schlüsselpunkt, der Dreh- und Angelpunkt von der Transformation. Das ziehen wir bis heute auch so durch. Das hat funktioniert. Ein Scrum Master hat aber immer zwei Teams bei uns. Das ist das Maximum. Also wir haben es auch schon mit mehr probiert. Das kriegst du aber mit den ganzen Zeremonien und Retro und Planning, kriegst du es wie nicht durch. Und dann, das funktioniert nicht. Zwei Teams, das ist das Maximum, circa 40 bis 50 Prozent pro Team. Hattest du dann das Shoring als gesamtes Team eingekauft oder dann gemischte Teams? Wir haben beides probiert. Ein gesamtes Team war die Frage oder Mixed Team. Ich war ein großer Fan von Mixed Teams, weil ich mir gedacht habe, cool, Kultur kommt zusammen, Sprache kommt zusammen, Handover und so. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Weil die Leute bei uns intern hatten natürlich auch Schiss, jetzt den Job zu verlieren. Dann war auf einmal die Angst da, jetzt kommen da günstige Leute aus Bratislava. Hups, die sind ja auch gar nicht so schlecht. Im Gegenteil, die sind vielleicht manchmal sogar besser. Da hat man ja auch noch so Vorurteile vielleicht im Hinterkopf. Dabei sind das super top ausgebildete Leute, die das genauso gut, vielleicht sogar ein bisschen ambitiöser machen, als der in der Schweiz schon Maslow-Pyramide komplett erfüllt und so weiter und so fort. Und da waren auch Ängste da, die wir ganz stark abbauen mussten mit viel Transparenz, viel Information. Ich habe den Leuten immer von Anfang an gesagt, es wird kein einziger seinen Job verlieren. Im Gegenteil. Und das konnten wir auch gut verargumentieren aufgrund der riesen Workload, die wir haben. Und das habe ich das Versprechen bis heute halten können. Und das werde ich auch tun. Es hat keiner gehen müssen. Was aber passiert ist, Leute sind freiwillig gegangen. Und das war ein Learning für mich. Du kannst nicht jeden auf diese Reise mitnehmen. Es gibt tatsächlich auch Persönlichkeiten, die wollen nicht agil arbeiten. Ich habe das selber nicht verstanden. Wie kann das sein, oder? Purpose, Autonomy, Mastery und alles ist da. Aber es gibt so diese Experten, die verkriegen sich gerne wirklich drei Monate in eine dunkle Kammer und kommen dann als Superman raus und sagen, fertig. Ich erinnere mich an eine Diskussion mit einem Kollegen, der uns verlassen hat. Ich habe gesagt, wie lange brauchst du für die Story? Dann hat er gesagt, also wenn ich es im Team mache, drei Monate. Wenn ich es allein mache, zwei Wochen. Und dann haben wir versucht natürlich, das zu begleiten und so. Aber wenn jemand nicht will, dann will er nicht. Und dann muss man aus meiner Sicht auch fair sagen, der, der keinen Bock hat und das nicht will, der soll bitte auch so fair sein und dann die Konsequenzen ziehen. Es heißt ja nicht, dass wir die Richtigen sind und die anderen die Falschen. Das heißt, wir haben uns für den Weg entschieden und andere Firmen für den anderen. Und es kann auch sein, dass der andere Weg für dich besser passt. Und es ist heute so, uns haben zwei, drei Top Cracks verlassen. Die sind heute happy und es freut mich riesig und ist auch gut so. Die, die heute bei uns sind, die sind eigentlich alle mehr oder weniger auf dem Weg, mit uns gemeinsam immer agiler zu werden. Halbzeit, ne? Gut. Jetzt waren wir ganz stolz mit dem Squadslicing Workshops. Zehn Teams, Teams sind happy, Komponenten klar geschnitten. Conway's Law haben wir angewendet. Wer kennt das? Conway's Law? Super. Da unterscheidet man zwischen Feature-Teams und Component-Teams. Und die Idee dahinter ist, bei Conway's Law, ist, du musst eigentlich die Komponenten so schneiden, wie die Teams auch sind und umgekehrt. Also die Organisation und die Technologie beeinflussen dich gegenseitig. Wenn du eine stabile API willst, dann macht es keinen Sinn, Frontend und Backend in einem Team zu haben. Sondern du musst es auseinanderreißen, damit die Organisation gezwungen wird, stabile APIs zu bauen. Das haben wir gemacht, hat funktioniert. Jetzt war aber eine Gruppe überhaupt nicht happy mit uns. Das waren Projektleiter, die dann uns Spitäler anbinden, Sales, Product-Portfolio. Weil die haben gesagt, ja jetzt möchte ich aber mit einem reden, der versteht, wie E-Zuweisung funktioniert. Dann habe ich gesagt, ja gut, wir haben zehn Product Owner. Such dir einen aus. Das funktioniert nicht. Das heißt, wir haben eine enorme Komplexität gegründet, die man nach außen, also quasi unsere Kunden in der Organisation, nicht verstanden hat. Nachvollziehbar? Also es war wirklich, die sind dann von Pontius zu Pilatus gerannt und haben von jedem irgendwelche Inselinformationen bekommen müssen, sich selber zusammenbauen und sind wieder raus. Und dann kamen sie zurück, dann war die Information natürlich schon wieder outdated, dann ging das Spiel von vorne los. Und dann haben wir gesagt, okay, stop it, irgendwas fehlt. Irgendwas fehlt. Weil EPD ist so groß, dass mit diesen zehn Teams, das waren wirklich acht Komponententeams, ein Feature-Team geht nicht. Feature-Team haben wir versucht mit zwei, das ist zu groß, als dass man da ein großes machen kann. Und dann haben wir gesagt, okay, wir brauchen eine Art Abstraktions-Layer. Nichts Hierarchisches, aber irgendwas, was diese Squads koordiniert, was den Informationsfluss steuert und was nach außen die Abstraktion unsichtbar macht. Dann haben wir das so aufgemalt und dann sagt einer, ja, aber das ist ja safe. Genau. Und so ging es dann los. Wir haben dann tatsächlich gelernt, wir brauchen einen Program-Layer gemäß safe. Wir wollten aber nicht dogmatisch werden. Wir wollten jetzt auf keinen Fall in dieser Phase, dieser wahnsinnigen Skalierung, Diskussion führen über, ist das jetzt safe, ist das nicht safe. Darf man das in safe, darf man das nicht in safe, kennt ihr von Scrum wahrscheinlich auch. Das ist nicht wertstiftend. Wir brauchen was, was uns weiterbringt. Und es ist gut, hat man mal ein paar Rezepte ausprobiert, bevor man anfängt Freestyle zu kochen. Das ist auch gut, also nicht irgendwie mit irgendwas anfangen und man hat eigentlich überhaupt keine Basics, die brauchen wir. Und deswegen haben wir gesagt, wir führen jetzt nicht safe ein und beschäftigen uns wieder ein halbes Jahr mit uns selbst, sondern wir führen einen Program-Layer ein. Und wir brauchen dort jemanden, der quasi das Gesamtprodukt versteht, so eine Art Super-Product-Owner. In safe heißt der Product-Manager, was total verwirrend ist für uns, weil ein Product-Manager ist bei uns was ganz anderes. Anyway, dann haben wir eine Art Super-Scrum-Master, der mit den ganzen Scrum-Mastern diskutiert und die Abhängigkeiten trackt, auflöst. Also Impediments overall. Weil ein Scrum-Master, der ein, zwei Teams hat, der sieht ja nur die Abhängigkeiten von den Teams. Vielleicht nochmal durch Gespräche, aber der kann alleine das gar nicht auflösen. Das heißt, wir haben einen Super-Scrum-Master, heute heißt der Release-Train-Engineer, installiert und sie sorgt dafür, dass jetzt heute sie als Ansprechpartner in die Organisation vorhanden ist und als Ansprechpartner für die einzelnen Teams unten. Genau. Und dann haben wir aber auch gemerkt, es macht wenig Sinn. Jetzt kommt wieder Kopfschütteln bei euch, so ein Facepalm. Wir haben dann angefangen, die Rollen selbst zu definieren und selbst zu benennen. Da gab es dann auf einmal einen Tribe-Master. Ja, ich könnte es so weitermachen. Ihr habt, ihr Message kam rüber. Reform Spotify. Genau. Weil wir wollten, wir haben gemerkt, hey, wir machen ja Spotify, also müssen wir irgendwie weitermachen, oder? Und dann haben wir gelernt, ja, aber Spotify passt für uns gar nicht. Das ist, es regelt keine Ablauforganisation. Und dann haben wir uns eigentlich überlegt, wir müssen Begriffe benutzen. Und klare Terminologie ist wichtig auch in einem Change-Prozess, dass jeder versteht, wohin geht die Reise. Wir brauchen eine klare Terminologie. Und dann haben wir angefangen, die Safe-Terminologie zu adaptieren und zu sagen, dann nehmen wir halt die. Wir mussten halt schon wieder eine kleine Änderung machen, weil dieser Product-Manager auf Program-Level nach Safe, das ist sehr, sehr verwirrlich. Bei uns heißt er weiterhin Program-Manager auf Program-Level. Aber ansonsten haben wir alles schön nach Safe durchdekliniert, ohne jetzt offiziell zu sagen, wir machen Safe. Und das hat tatsächlich geholfen, das hilft auch bei Ausschreibungen mit HR, wenn man dann sagt, wir suchen einen Release-Trainer-Engineer und nicht einen Tribe-Master. Und beim Tribe-Master denken Sie, ja, was wollt ihr von mir? Ja, ist klar. Das hat also sehr, 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 sehr stark geholfen. Was wir auch hatten, und dann komme ich schon langsam zu den Erkenntnissen, so Wrap-Up. Wir hatten Planungsphasen von Minimum-Quartal-Größe. Sprints waren immer zwei Wochen. Das haben wir richtig gemacht, von Anfang an. Danke. Aber die Planungsphasen, also die Teams, alle zusammenzuholen, nach Spotify-Big-Room-Planning, nach Safe-PI-Planning, haben wir im Quartal gemacht. Und dann haben wir gemerkt, Komplexität, WUCA, es ändert sich so viel, so schnell, das dauert zu lang. Das dauert viel zu lang. Wir müssen eigentlich, und die Erwartungshaltung ist länger falsch. Also Kunden, Projektleiter, Sales, denen erzählen wir dann, ja, ja, das kommt dann, 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 dann. Aber wir können es gar nicht korrigieren auf dem Weg. Es dauert viel zu lang. Also hat unsere neue RT den Vorschlag gemacht, wir müssen die Kadenz erhöhen. Vier plus eins heißt es bei Safe. Also zwei Wochen Sprints, viermal, plus einen sogenannten IP-Sprint, Innovation und, was heißt das, P-Planning, genau. Und dann hat man auch einen Sprint wie als Puffer, kann den wie benutzen für Innovation, fürs Planning selbst und so weiter und so fort. So, habe ich das vorgestellt in der Geschäftsleitung und da war die Antwort, ja, wenn uns das schneller macht, dann machen wir das. Also, klar, ne, ergebnisorientiert, es muss uns was bringen, sonst machen wir es nicht. Wir haben es dann einfach gemacht und heute sind wir wahnsinnig dankbar, dass wir es machen können. Das hilft enorm. Klar, man hat mehr Planings. Wir reden heute von ungefähr 80 Leuten, die an so einem Planning teilnehmen und wir fliegen die alle ein. Also wir holen halb Ernie aus Bratislava in die Schweiz für zwei, drei Tage. Uns kostet ein P-Planning ungefähr 60.000 Franken und wir machen das jetzt fünfmal pro Jahr und dann redet man schnell über Kosten und man redet schnell über, lohnt sich das, macht das Sinn und so weiter. Aber wir haben verstanden, dass diese ganzen, das Aufdröseln der ganzen Abhängigkeiten und diese Absprachen untereinander, die Abhängigkeiten, die muss man sowieso klären. Jetzt macht man es entweder implizit im Tagesgeschäft, ruft die ganze Zeit Leute an oder man macht es explizit und sagt, jetzt holt mal alles zusammen, zahlt einen Preis und dann ist das wie durch. Und das hat sich bis heute sehr, sehr gut bewährt. Wir denken jetzt sogar darüber nach, ob man nicht auch aus Fairness-Gründen auch mal ein P-Planning in Bratislava machen. Ist übrigens sehr schwierig durchzubringen, weil das sieht immer so nach Geschäfts-, nach Klassenfahrt aus. Aber es wäre eigentlich relativ sinnvoll, auch um den Kollegen in Bratislava zu zeigen, hey, ihr seid uns genau gleich viel wert. Also da gibt es keine Unterscheidung. Also P-I-Kadenz haben wir maßgeblich erhöht. Das habe ich schon erklärt. Und das haben wir auch gemacht. So ein, zwei Themen, wo wir heute noch nicht glücklich sind, sind KPIs. Und da ist auch so ein bisschen mein Appell an euch als Agilisten, ich bin es ja nicht, Scrum Master und so weiter. Der Ari ist der Ari da. Nee, der hat vorher den Talk gehalten, Scrum Master, Schluss mit cool. Und er hat für mich eins wichtig gesagt, ihr müsst die Sprache vom Management sprechen. Und das finde ich extrem wichtig. Ich selbst bin im Management und ich verzweifle manchmal, dass ich nicht die gleiche Sprache finde mit dem Scrum Master oder mit dem RTE. Weil ich habe auch andere Probleme, die ich lösen muss. Ich will wissen, was kostet mich das Team. Ich will wissen, wie messe ich denn jetzt die Performance vom Team. Und dann höre ich, ja, Velocity kann man nicht benutzen, kann man nicht vergleichen und so weiter. Verstehe ich alles, aber dann sagt man, wie es geht. Und das höre ich manchmal nicht. Oder ich muss dann wirklich mitarbeiten und massiv mich selber einlesen. Wir haben jetzt Community Flow Diagram eingeführt und solche schicken Sachen. Schlussendlich ist unser Unternehmen kein Ponyhof, sondern wir haben es heute Morgen gehört, wir haben ein Kundenbedürfnis zu erfüllen. Und unsere einzige Existenzgrundlage ist der Kunde. Und wir möchten alle dazu beitragen, dass wir coole Arbeit abliefern und dass wir uns gut organisieren. Und manchmal habe ich da so ein bisschen, ist mir das ein bisschen zu fluffig, so auf der Agilisten-Schiene. Da kriege ich manchmal zu wenige Antworten. Könnt ihr das nachvollziehen? Also ein paar Nicken, ein paar Schütteln im Kopf ist ja völlig okay. Gut, was sind jetzt so die, das war so unsere Reise und da fehlt natürlich jetzt ganz viel. DevOps hat am Anfang überhaupt nicht funktioniert. T-Shaping kennt ihr wahrscheinlich auch, hat überhaupt nicht funktioniert. Und zwar aus ganz vielen Gründen. Warum soll ein Architekt, IT-Architekt, der 20 Jahre lang IT-Architektur macht, auf einmal testen? Dann sagt er, hey Jungs, ich habe jetzt 20 Jahre lang in mein CV investiert und jetzt soll ich so einen Junior-Job machen. Und der Tester sagt, kann ich nicht IT-Architektur, ist nicht mein Ding. Also das T-Shaping ist schon ein bisschen theoretisch. Wir schaffen das ein bisschen. Wir schaffen das auch mal, natürlich jetzt ein Entwickler guckt, dass er irgendwie Jenkins neu startet oder an der Pipeline mitschraubt und so. Aber das sind manchmal schon sehr theoretische Konzepte, die bei uns in der Praxis bisher noch nicht funktioniert haben. Und ich verstehe, wir sind von der Maturität am Anfang. Also wenn wir jetzt super DevOps wären, die IT wäre Infrastructure as a Code und alles super, so Netflix, Spotify, dann geht das vielleicht. Bei uns muss ein System Engineer Firewall Rules machen, Web Application Firewall aufsetzen. Das kann ein Entwickler im Normalfall nicht. Und da kann man noch so viel trainieren, da kann man noch so viel Pair Programming machen oder Know-how Transfer und so weiter. Das funktioniert nicht. Genau. Gut. Ich habe lange gesucht und das Bild trifft so auf den Punkt. Ich habe immer noch das Gefühl, unsere Reise ist so ein zartes Pflänzlein. Ich bin da manchmal erschrocken, wenn ich andere Talks höre, dann denke ich mir, das haben wir auch schon durch, haben wir auch schon durch, haben wir auch schon durch. Wir sind eine kleinere Firma in der Swisscom und entwickeln uns naturgemäß ein bisschen schneller als jetzt eine Konzernabteilung mit 2000 Leuten. Das ist klar. Hier mal so ein bisschen zusammengefasst, meine ganz persönlichen Erkenntnisse aus eineinhalb Jahren Achterbahn. Und da nochmal, und da mache ich wirklich Werbung, also die Keynote heute von Franz Rösli kam für mich eineinhalb Jahre zu spät, aber es ist nicht deine Schuld, Franz, es ist meine Schuld. Eine Transformation kann ja schon irgendwo starten und meistens ist es in der IT. Warum? Weil wir dort die Tools und die Fähigkeiten haben, komplexe Probleme locker und flockig anzugehen. Das geht natürlich im Finance oder im Marketing oder im Sales hat man noch klassische Methoden und Tools. Da geht das vielleicht nicht so zügig, aber aus meiner Sicht ist es ein Fehler, wenn man meint, man kann eine Transformation nicht ganzheitlich gestalten. Und das erleben wir heute. Heute haben wir DevOps agilisiert, aber die ganzen Schnittstellen drumherum, ob das Controlling ist, ob das HR ist, ob das Sales ist, die suchen Antworten und die fühlen sich nicht eingebettet und sie wissen eigentlich gar nicht, wie tickt denn die Firma als Ganzes. Und da hätten wir vor eineinhalb Jahren uns eigentlich hinsetzen müssen und sagen müssen, pass auf, wir fangen jetzt dort an, dann kommt das, dann kommt dieses, wir machen diese Buildings-Blocks, vielleicht geht der Plan schief, klar. Woody Allen sagt ja immer, Lebensplanung ersetzt den Zufall durch Irrtum. Aber dann kann man wenigstens vom Plan abweichen und weiß, warum man es tut. Wir überlegen uns jetzt, wie funktioniert eigentlich Agile Sales, weil Werkvertrag draußen beim Kunden machen, Fix Time, Fix Scope und dann den Entwicklern klären, hey, ihr seid super autonom. Das erzeugt nur Frust und das haben wir heute auch. Wir haben heute sehr frustrierte Entwickler, weil sie sagen, ja EPD super, aber es hat mit Agile eigentlich gar nichts zu tun. Und ob ich jetzt das Ganze Scrum nennen oder irgendwas, ich muss einfach liefern und zwar so schnell und so günstig wie möglich. Und es ist so, das Einzige, was wir da heute den Leuten sagen können, ist durchhalten bis September, dann ist EPD für uns technisch mehr oder weniger fertig und dann werden wir andere Sachen bauen, wo wir es hoffentlich dann besser machen. Und darum hier die Differenz auf Beyond Budgeting nochmal, Führungsverständnis, aber auch Management. Leute sagen immer Leadership, es braucht Leadership, ich kann es bald nicht mehr hören. Es ist nicht nur Leadership, es ist auch Management. Man muss auch wirklich verstehen, wie organisiere ich die Arbeit. Es braucht nicht nur einen Inspirator, der sagt, ich bin Chief Morale Officer und ihr seid alle super, sondern es braucht auch wirklich Menschen in der Geschäftsführung bis zum CEO, die sich hinsetzen und überlegen, wie lösen wir denn komplexe Probleme. Und das sind aus meiner Sicht, Hypothese, kann alles falsch sein, gefühlt 95 Prozent nicht auf dem richtigen Weg heute. Aber man kann auch nicht einfach kündigen und woanders hingehen, weil da ist es ja auch nicht besser. Also wenn ihr irgendwo seid, wo es in die richtige Richtung geht, dann bleibt dort und helft mit, dass es besser wird. Das meine ich hier auch mit kulturellem Wandel und das ist schwer. Ich glaube, der kulturelle Wandel im Kopf, das ist eigentlich das größte Problem. Zu lernen, ich bin als Individuum zwar noch wichtig und mich braucht es, aber wir machen keine Inzentivierung mehr auf Individuen. Das Team steht im Vordergrund und so weiter und so fort. Hat auch alles seine Schattenseiten. Also es ist nie einfach nur alles positiv. Die Leute, bei uns ist es zum Beispiel so, wir haben keine Architekten mehr und keine Engineers. Wir haben nur noch DevOps-Engineers, also die ganze Delivery, alles DevOps-Engineers. Vom Konzern so vorgegeben, das war es nicht meine Idee. Und da sagen die Leute, wo bleibe ich da noch übrig? Wo ist meine Schärfung vom Profil auf dem Arbeitsmarkt? Wie kann ich mich auch differenzieren? Was ist mein USP gegenüber anderen? Und die Illusion der Kontrolle haben wir heute auch schon mal gemerkt. Da meint man generisch immer das Management, aber ich erlebe das auch in den Teams. Auch Entwickler haben häufig die Illusion, dass sie mit genug guter Planung etwas erreichen. Und diese Illusion, die soll ja wieder zu dienen, sich sicher zu fühlen, eine gewisse Sicherheit. Und die ist halt nicht da. Aber man muss sich wirklich anfangen, wohlzufühlen in dieser VUCA-Welt. Und Change nicht als Bedrohung erleben, sondern als Chance. Und das klingt wieder so typisch Management, ich weiß, tut mir nicht. Aber es ist ja wirklich so. Das Leben ist halt nun mal, ich kann ja auch nichts tun, ich habe es ja nicht erfunden. Aber alles, was bleibt, ist der Wandel. Das ist das, was sich immer, immer wandelt. Und da muss man halt lernen, damit umzugehen. Und die heutige Digitalisierung, die lässt sich nicht aufhalten. Ich habe letztens irgendwo gelesen, die technologische Entwicklung wird nie wieder so langsam sein wie heute. Gut, was braucht es wirklich? Und jetzt komme ich wieder zum CEO, der mir übrigens, und jetzt löse ich es auf, der Spoiler. Mein allererstes Gespräch mit meinem Chef über Agilität war von ihm. Mir ist eigentlich wurscht, was du da machst, Hauptsache es funktioniert. Und ich dachte mir, ja cool, da kann ich ja endlich Gas geben. Das wird aber extrem schwierig, wenn es dann schwierig wird. Und das ist genau das Problem, es ist immer schwierig. Also Change und Wandel fühlt sich immer so, yay. Aber das ist ja nicht der Fall, sondern es hat ganz viele Durststrecken. Es hat ganz viele trockene Momente. Es hat wirklich viele Diskussionen, viel Leiden, Durststrecken und so weiter. Und wenn da das Management nicht dahinter steht und mitzieht, sondern auf einmal sagt, ja komm, dann machen wir halt wieder wie früher, dann ist das Ganze echt vergebene Liebesmühe. Also wenn irgendein, ich hatte heute ein Mittagsgespräch mit jemandem, der ein Beratungsmandat hat bei einer Firma und da hat der CEO sich nicht mal einen Tag Zeit nehmen wollen für einen Workshop zum Thema Transformation, sofort ablehnen und abbrechen. Also wenn nicht einmal diese kleine Investition möglich ist, dann ist Hopfen und Malz verloren. Alles meine persönliche Meinung, nicht wissenschaftlich, keine Referenzen. Change braucht aus meiner Sicht auch Konsequenz. Das ist dann nicht mit Wattebauschen werfen, sondern da muss man auch mal sagen, Junge, wenn du nicht möchtest, dann bitte geh, das gehört dazu. Jetzt jeden, um jeden Preis mitzuschleifen, das funktioniert aus meiner Sicht nicht. Und Konsequenz auch im Sinne von an dem, was man mal gesagt hat, festhalten. Klar, ich weiß, man lernt dazu, man kann auch korrigieren und so weiter. Aber wir haben uns zum Beispiel dafür entschieden, dass ein Scrum Master eine Vollzeitstelle ist und ich diskutiere mindestens einmal mit irgendjemandem im Unternehmen, worum es das braucht. Das ist einfach so. Und da muss man konsequent sein und sich nicht von diesen Wellenbewegungen hin und her mitreißen lassen. Das ist für mich ein persönliches Takeaway. Nicht alles auf einmal. Das haben wir auch falsch gemacht. Also wir hätten uns vielleicht eins nach dem anderen vornehmen sollen und nicht DevOps, Scrum, Spotify, Skalierung und so weiter. Alles auf einmal. Kultur. Der CEO hatte ja auch noch gewechselt. Also da war schon ein bisschen Feuer am Dach. Also vielleicht lieber langsamer. Auf der anderen Seite, jetzt haben wir das eineinhalb Jahre hinter uns und sind relativ weit gekommen. Wir sind nicht fertig und ich glaube, man ist auch nie fertig. Wir haben es vorher gesehen, Svenske Handelsbanken in den 70er Jahren, hast du gesagt. Die sind jetzt 50 Jahre unterwegs. Also das dauert. Das dauert. Und ich glaube, der CEO hat sogar mal gesagt, sie seien heute noch nicht fertig. Gut, der Teufel steckt auch manchmal total im Detail. Jira, anyone. Also wenn man irgendwie versucht, man hat die richtigen Plugins nicht oder so. Auf einmal scheint die ganze Firma am Wohl und Wehe von irgendeinem Tool zu hängen. Ich sehe ein paar Nicken. Also ich bin da nicht ganz falsch. Wir haben dann irgendwann noch die Jira-Instanz wechseln müssen. Swisscom hat ja ein Problem. Sie haben nicht ein Tool, sondern meistens das gleiche Tool siebenmal. Und da muss man sich da auch noch mit beschäftigen. Wer macht das dann? Macht das der Scrum Master? Macht das der P.O.? Mach ich das? Das ist also manchmal dann schon sehr nervig. Wir haben heute das Structure-Plugin und das rettet uns, glaube ich, die Welt. Wir haben jetzt angefangen, Lean-Portfolio einzuführen und haben festgestellt, wir kennen niemanden, der Lean-Portfolio nach Save mit Jira eingeführt hat. Hat das irgendjemand vorher schon gemacht? Wenn ja, nee, gut. Gut. Und dann noch kurz zum Thema Shoring. Ich werde häufig gefragt, funktioniert es? Und ich kann nicht sagen, ja oder nein. Es gibt, also grundsätzlich ja. Grundsätzlich ja. Man muss ein paar Sachen beachten. Und zwar, und das habe ich jetzt erst vor ein paar Wochen wirklich verstanden, die intrinsische Motivation ist das, was die internen Mitarbeiter bei uns hält. Sie erleben wenig Agilität, noch. Fixed scope, fixed time und so weiter. Der Markt ist super arbeitnehmerfreundlich. Sie können jederzeit woanders hingehen. Aber was wir bieten ist, wir bieten eine Mission. Ähnlich wie E-Banken vor 20 Jahren. Gott hat Röhre oder was weiß ich. Wir arbeiten an etwas, was wirklich für die nächsten Jahre und hoffentlich Jahrzehnte in der Schweiz ein Change verursachen wird. Und deswegen sind die Leute da. Hat ein ganz lustiges Gespräch mit dem Mitarbeiter von mir. Ich muss ja auch diese Performance-Zeremonien machen, gemäß Großkonzernen mit Rating und so. Und dann sagt er zu mir, wir haben so ein Sternensystem, 1 plus 5. Und dann sagt er zu mir, und das ist perfekt, ich liebe diesen Satz. Stefan, du kannst mir so viele Sterne geben oder so wenige, wie du willst. Ich war vor dir da und ich werde auch nach dir da sein. Perfekt. Perfekt. Das ist der Mitarbeiter, den man eigentlich will. Und das können wir für die internen Mitarbeiter erreichen. Jetzt hast du Kollegen im Shoring, die natürlich qualitativ sehr, sehr gut sind. Aber wie soll jemand in Bratislava die gleiche Leidenschaft, Passion teilen für diese Aufgabe, der ja nicht mal Nutzer sein wird von diesem Produkt. Und das ist schwer. Und da haben wir uns zu stark auf den Partner verlassen, dass das schon irgendwie läuft. Und das merken wir jetzt, da müssen wir stärker uns engagieren. Wir fliegen öfter rüber. Ich schicke ganze Teams rüber für eine Woche. Einfach, damit die Kultur anfängt zu laufen. Mixed Teams haben wir schon besprochen. Vielen Dank, hat gar nicht funktioniert. Meiden wir heute wie der Teufel das Weihwasser. Vielleicht ist das in einer reifen Organisation möglich. Also du schüttelst den Kopf. Sag was. Wir haben es mit St. Petersburg versucht. Hauptsache ist Mixed Teams. Und das waren einfach verlängerte Werkbanken. Ja, eben. Und sie bekommen wirklich nur die billige Arbeit. Ja. Und die waren völlig nicht immobiliert. Okay. Also ich wiederhole es kurz. Er hat es probiert. St. Petersburg war eher eine verlängerte Werkbank. Und hat nicht funktioniert. Ja. Ja. Gut. Das war es soweit. Wir suchen immer noch coole Leute. Wir suchen jetzt gerade einen Product Owner für unser EPD Portal. Also wenn unter euch jemand ist oder jemanden kennt, der die Aufgabe übernehmen möchte und da uns in unserer Reise begleiten will, dann feel free. Bei uns ist immer viel in Bewegung. Starkes Wachstumsfeld. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mich auch auf LinkedIn kontaktet. Ich bin da relativ entspannt. Und jetzt haben wir noch Zeit für Fragen. Fünf Minuten. Fast eine Punktlandung. Gut, ich kann es verstehen. Alles in der Schlagung. Es war sehr viel in kurzer Zeit. Bitte. Ja, eine Frage. Also der Release ist jetzt auch geplant auf 2020. War die Software in der Zwischenzeit nie live? Oder gibt es da irgendetwas, was produktiv ist? Die ist beim Kunden, also nie richtig live. Es sind noch keine Kundendaten drauf. Also noch keine Patientendaten. Dürfen wir noch nicht, weil wir noch nicht zertifiziert sind. Aber der Kunde bekommt sogenannte Releases, die er dann bei sich pseudo live benutzt, wie er das möchte, um zu gucken, erfüllen wir auch die Regulatorien, funktioniert das auch und so weiter. Übrigens, spannendes Learning für uns. Ich habe dann gelernt, oh, Scrum, okay, da muss der Kunde involviert sein. Dann haben wir mal den Kunden eingeladen. Und dann sagt er, ja, ich möchte den Knopf aber in grün, ich möchte das links. Das darf er gar nicht wollen, weil das so nicht erlaubt ist nach der Vorgabe. Und da kommt dann auch der Feedback-Loop an seine Grenzen. Das kannst du eigentlich auch entwickeln ohne Kunde. Und er muss es halt dann so nehmen, wie er will. Yes, bitte. Mikro, glaube ich. Mikros, ja. Ich habe gedacht, wir wären weniger genug, aber okay. Wie war es denn mit dem Hereinholen der methodischen Kompetenz, wenn das ja ein Transformationsprozess war? Da mussten alle vieles neu lernen. Du sprichst ja wie ein Abituer von zehn Jahren in agilen Entwicklung. Ja, also was haben wir gemacht? Wir haben ganz am Anfang alle Mitarbeiter in eine Scrum-Schulung geschickt. Und gar nicht mal wegen Scrum, sondern es ging eigentlich eher um, da passiert was. Auf einmal müssen wir anders arbeiten. Und das haben wir mit allen gemacht, auch mit Projektleitern, mit Sales-Leuten und so weiter. Einfach, dass sie merken, da passiert was. Also das haben wir mal gemacht, also Methodenkompetenz bei allen aufbauen. Wir haben uns dann eine Beratungsfirma an die Hand genommen. Also wir hatten zwei. Die erste hat gesagt, mach mal Spotify und der Rest passiert von alleine. Die war dann nicht lange da. Und die zweite Firma war sehr down to earth, hat uns also wirklich begleitet in den alltäglichen Problemen und hat mit uns immer versucht, die Methodenkompetenz zu erhöhen. Und zwar auch bei mir. Ich meine, ich verantworte das dann zum Schluss irgendwann und hatte von Tuten und Blasen eigentlich gar keine Ahnung. Was aber heute ich als Vorteil sehe. Ich bin eigentlich relativ vorurteilsfrei rein. Und man sagt ja auch so, dass man wirklich mit dem Anfängergeist an die Sachen rangehen soll. Wenn man jetzt da schon verbrannt ist oder irgendwelche Vorkonzepte im Kopf hat, dann ist es vielleicht sogar eher schwierig. Wo es fehlt heute Methodenkompetenz, ist ganz klar auch noch in den mittleren bis oberen Managementstufen. Da ist dann der Wandel, auch der kulturelle, zum Teil noch nicht angekommen. Hatte gerade vor ein paar Wochen eine Diskussion mit einem Teamleiter aus einem anderen Bereich. Der hat dann gesagt, ja also mit der Autonomie, da muss man jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen. So, gut. Also es ist dann schwierig. Und da macht es auch keinen Sinn, dann da noch groß zu diskutieren. Ist halt dann so. Yes, please. Unter Sicht von den Einschränkungen, die ihr jetzt habt für den EPD, es ist ja für den Mitarbeitern schon noch wichtig, eine Mission zu haben. Habt ihr schon nach dem Goal Life schon ein, zwei mega spannende Produkte sozusagen als Lined-up, wo man sich dann schon freuen kann als Mitarbeiter? Genau, das ist jetzt eine perfekte Überleitung. Das ist sehr, sehr, also perfekt analysiert. Hast du so einen Job? Also das ist Perspektive. Die Leute brauchen Perspektive, das brauchen wir ja alle. Wir wollen ja irgendwo wissen, wo geht es ungefähr hin. Und ich habe aufgehört zu sagen, EPD ist super, sondern irgendwann habe ich gesagt, okay, EPD ist halt jetzt so, wir kriegen das hin. Und jetzt haben wir ein paar coole Sachen am Horizont. Wir werden in den B2B-Markt einsteigen. Also ohne jetzt mal zu sagen, EPD ist sehr, sehr stark reguliert und bietet funktional sehr, 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 sehr wenig. In zehn Jahren wird das super sein, aber in diesen neuneinhalb Jahren, die da noch fehlen, können wir im unregulierten Bereich sehr, sehr viele B2B-Services anbieten. Mit dem Kunden direkt und die wollen das sogar. Und das ist sehr, sehr spannend. Und da werden wir jetzt in den nächsten Wochen anfangen, die ersten Sessions zu machen, zu gucken, wie schneiden wir das, welche Teams braucht es, machen wir das hier in Bratislava zusammen und so weiter. Das ist mal eins. Dann haben wir noch eine Cloud-Migration, die ansteht, was vor allen Dingen für unsere Techies cool ist, weil dann kommen wir weg von diesem uralt V-Cloud-Director und werden Kubernetes haben und so weiter. Das motiviert die Leute. Also da hat es einiges am Horizont. Und da legen wir jetzt gerade relativ viel Fokus drauf, dass wir das so kommunizieren. Und wenn wir schon was Tolles haben, dann das Licht am Ende des Tunnels, muss man sagen, es ist kein Zug, der entgegenkommt, sondern es ist wirklich der Weg. Der Ausblick. Jetzt noch eine letzte Frage. Kann verstehen, das war jetzt so zum Teil vielleicht oberflächlich, aber wie gesagt, ich bin auch noch heute da, den ganzen Nachmittag, können gerne noch das ein oder andere vertiefen. Ihr merkt vielleicht an meinem Redefluss, erstens als Deutscher kann man eh reden wie ein Maschinengewehr, aber ich habe auch einiges noch im Petto, was ich mit euch gerne teilhabe. Super, dann herzlichen Dank und schönen Nachmittag. Tschüss. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.